Game Keys und Game Cards. MMOGA. Dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Tiefen und Schärfe. Es dauert ein bisschen, bis die nachfolgenden Parts kommen. Also gib mir ein, zwei Tage, dann sind wir dort auch aktuell. Ich möchte die Kampagne eigentlich nicht fortsetzen, ich möchte sie neu starten. Ist das möglich, liebes Spiel? Wahrscheinlich nicht, oder? Also ich habe nur reingeguckt, ob das Spiel flüssig läuft. Wäre natürlich schön, wenn ich jetzt sagen könnte, ich möchte neu starten, damit ihr auch vor allen Dingen den Anfang seht. Das gehört ja dazu. Let. Momentan sehen wir diese wunderschöne Stadt. Hey. Aha. Ich möchte... Wir sind mit Kampfspielen vertraut, auf jeden Fall. Ja. Let's go. Achso, ich dachte, die bilden jetzt Hubi-Fan. Nein, tun sie nicht. Schade aber auch. Lauf, Schlampe. Lauf. Lauf um dein Leben. Mach da wahrscheinlich auch. Ja, das sieht fast dann aus. Oh, pass auf, Junge. Nicht, dass du getroffen wirst. Und da läuft er. Naja. Heutzutage nennt man diese Gangart auch Walken. Heutzutage wird das mit Stöcken gemacht. Er konnte es noch so. Laufen nenne ich das jetzt nicht. Ist aber, glaube ich, in diesen Rücken von früher auch gar nicht so einfach. Der hat aber auch ein Glück, dass er nicht getroffen wird. Was ist das für eine geile Grafik, oder Leute? Wahnsinn. Woa. Na super. Oh wei. Da geht aber eine ordentliche Schlacht von gang. Kann ich nachvollziehen. Boah, mit Katapulten werfen die um sich. Boah. In den Kopf. Wie geht der Typ ab? Hohohoho. Alle Achtung. Weiss. Son of Wo. Zack. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Die sind also Befehlshaber. Anscheinend. Los geht's. Speicherpunkt. Drücke Space, um Angriffe abzuwerten. Okay. Drücke rechte Maustaste, um Gegner wegzustoßen. Drücke linke Maustaste für einen Angriff mit dem Schwert. Dann wählen sie mit dem Mausrad den Gesundheitswiederholungsbonus aus. Bonus legen die Art der Hinrichtungspolonum fest. Und hinrichten. Und hinrichten. Okay. Und hinrichten. Blau wäre linke Maustaste, rechts ist gelb. Also rechte Maustaste. Wunderbar. Na okay. Gesundheit aufgeführt. Sehr gut. Stürb. Ach. Schon tot? Schade. Sehr geil Weg mit dir Verschwinde, du Bestie Sehr geil, zack Zack Aufgeschlitzt Was? Wir haben den Kopf abgehakt, man Also das war nicht wirklich der Kopf, aber Sehr geil Hat ich da nicht gerade einen gesehen? Nein? Weiter geht's Okay, klettern tun sie alleine Ich verstärke die Verteidigung Kein Problem, kriegen wir hin Zack, zack, zack Weg mit dir Stopp, elendig Bestie Oh, habt ihr das gesehen? Hat das geil aus Zack Wer braucht den Arm noch? Was willst du? Hä? Was willst du? Zack, fischst du sie mit dem Schild Ganz einfach Zack, weg Das ist so abartig brutal, Leute Das ist so abartig brutal Ah, haben wir das schon Okay Tschüss Leitern wollen wir hier nicht haben Gefickt Zack, zack 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 Hi Das ist echt geil gemacht Drücke er Um ihre Römer Befehl zu geben Ah, okay Krass Wozu man alles in diesem Spiel In der Lage ist Also das ist richtig geil Das gefällt mir super Einfach drauf schnetzeln Kombinationen und so weiter Scheiße, es sind viele Wie steht's um die Verteidigung, Soldaten? Der Großteil der 18. ist immer noch kampfbereit Wir verfügen über drei Hilfseinheiten Skorpios Bogenschützen Und Katapulte Sehr gut Organisiere die Verteidigung Okay Linie bilden Befehl deinen Soldaten Die Lücke zu schließen Und die rechte Flanke zu sichern Du wirst die linke Flanke Mit deinem Skorpio beschützen müssen Bildet eine Linie Nördliche Barrikade An strategischen Punkten stehen Brandfallen bereit Muhaha Sehr geil Alle Achtung Was geht hier ab, oder? Was ist hier los? Sehr gut Zack, zack, zack Kein Problem Kriegen wir hin Bumm Wunderschön Tötet sie Sehr effektiv Gerne doch Sehr schön Alle Achtung Ah, da oben ist noch was Das hab ich nicht gesehen Und wieder Zack, zack, zack Sehr gut Sehr gut Feuert Auf meinen Befehl Geil Zack Zack Katapulte Feuer Feuer Wow, 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 wow Achtung Eigene Leute Rückzug Alter, Achtung Gibt noch jemand? Nein, nicht mehr Sehr gut Wow Ah, fuck Scheiß Katapulte Die sind immer so ungenau Perfekt Wir haben's geschafft Herr, wir haben sie zurückgeschlagen Nur eine Handvoll hat es in den Palast geschafft Nur eine Handvoll Du hast jetzt genug Ehre, um deine erste Verbesserung zu kaufen Fähigkeiten Verbesserung Gesundheitsfokus Dann nehmen wir die erste Äh, wo haben wir die Punkte denn? Dann nehmen wir doch das hier Mit Ehre kaufen Mit Ehre kaufen Ach, da oben sind unsere Punkte Sehr gut Äh, okay Machen wir das auch mal Das auch Wir haben ja so viele Punkte, ne Können wir eigentlich sehr viel mitnehmen Fokusverbesserung Das klingt gut Was haben wir hier? Erhöht die Größe jedes Fokus Äh, jeder Fokuskapsel um 10% Gerne doch Das ist zu teuer, das haben wir leider nicht mehr Nein, 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 nein Okay Zurück Zurück Äh, Hinrichtungen kosten natürlich auch Kohle Die haben wir natürlich jetzt nicht gemacht Dummerweise Selber schuld, ne Gehen wir mal anklopfen Ob jemand anwesend ist Beruhig dich Die Gruft Okay Na, wenn die Gruft sicher ist Keine Ahnung Da ist jemand drin Ich glaube Du Solltest sie vielleicht öffnen Klopf, klopf Mehr XP Wunderbar Da kommt ein General Nö, 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 nö Was ist los, ne? Sehr geil Alle Achtung Zack Sehr geil Oh, das ist so abartig Weg damit Alle Achtung, ne? Legendärer Treffer Also das Spiel Kann mir keiner sagen Es geht ab Wow, jetzt wird es ein bisschen kniffliger Aber Machbar Machbar Alles Easy going Sehr geil Auf der Hülle stand nichts von Uncut Aber die Version ist doch definitiv Uncut Haben wir es jetzt hier Okay Leute Ich würde sagen Wir sehen uns Dann die Tage wieder Wenn es heißt Wise Son of an Empire Super geiles Spiel Definitiv Und bis dahin Bleibt ihr seid Danke fürs Zusehen Und Tschüss Sikowski Macht's gut